In diesem Video zeigen wir Ihnen die erforderliche Konfiguration, um Phrase Express mit einem Microsoft SQL Server zu betreiben. Auf diesem Rechner wurde bereits der Microsoft SQL Server Express Edition installiert. Bei Verwendung eines Microsoft SQL Servers muss auch auf jedem Client und auch dem Serverrechner der Microsoft SQL Native Client installiert sein. Dies ist ein kostenloser Download, den Sie bei Microsoft erhalten. Im Dienstemanager von Windows prüfen wir, ob der SQL Server Dienst läuft. Dies ist der Fall. Wir empfehlen, dass auch der SQL Server Browser im Hintergrund läuft, damit später der Phrase Express SQL Client Manager den SQL Server automatisch finden kann. Um dies zu konfigurieren, klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Server Browser und wählen Eigenschaften. Ändern Sie den Starttyp auf automatisch. Jetzt können Sie den Dienst starten. Und die Dienste-Konsole kann geschlossen werden. Nun starten wir den Microsoft SQL Configuration Manager. Falls Sie Phrase Express für Mac einsetzen in Ihrem Setup, ist es wichtig, dass das TCP IP Protokoll aktiviert ist. Nach Möglichkeit sollte dies auch das ausschließliche Protokoll sein, damit der SQL Client Manager später die IP-Adresse verwendet und keine anderen Informationen bei der Erstellung der Konfigurationsdatei, die die SQL-Verbindungsdaten beinhaltet. Mit einem Rechtsklick können Sie die nicht benötigten Protokolle deaktivieren. Wiederholen Sie dies für die anderen Protokolle. Hier muss das TCP IP Protokoll noch aktiviert werden. Wenn Phrase Express für Mac in Ihrem Setup eingesetzt wird, empfehlen wir auch die Vergabe eines statischen TCP IP Ports. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den TCP IP Eintrag und wählen Sie Eigenschaften. Wechseln Sie zu IP-Adressen und navigieren Sie zum Ende dieser Liste. Unter IP-All klicken Sie in TCP-Port und geben Sie einen TCP-Port ein, zum Beispiel 1433. Dieser statische IP-Port muss nun auch noch zur Firewall hinzugefügt werden. Bemühen Sie hierzu die Bedingungsanleitung Ihrer Firewall-Anwendung. Wir zeigen hier die Konfiguration für die Standard Windows Firewall. Öffnen Sie die Firewall-Einstellung. Nun erstellen Sie eine neue Regel. Und zwar möchten wir erlauben, dass ein bestimmter Port passieren darf. Und zwar der TCP-Port 1433, bzw. der, den Sie für den SQL-Server gewählt hatten. Fertig. Nun starten wir das Microsoft SQL Server Management Studio. Dies ist als kostenloser Download von der Microsoft-Seite erhältlich. Verbinden Sie sich mit dem Server. Falls Phrase Express für Mac eingesetzt wird, müssen Sie die Authentifizierungsmethode ändern. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den ersten Eintrag und wählen Sie Eigenschaften. Wechseln Sie in den Bereich Sicherheit und stellen Sie sicher, dass die Server-Authentifizierung auf SQL Server und Windows-Authentifizierungsmodus eingestellt ist. Die Authentifizierung wird nun vom SQL Server selbst vorgenommen. Daher müssen Sie unter Sicherheit und Anmeldung diejenigen Benutzer hinzufügen, die Zugriff auf dem SQL Server erhalten sollen. Interessanterweise war hier bei der Standardinstallation des SQL-Servers der Systemadministrator-Account nicht aktiviert. Mit einem Doppelklick öffnen wir die Einstellung. Vergeben Sie ein eigenes Passwort und aktivieren Sie das Konto unter Status. Nun fügen wir noch ein Administrator-Konto für die Administration der SQL Server-Datenbank hinzu. Der rechten Maustaste wähle ich Neue Anmeldung. Vergebe den Namen zum Beispiel Admin für Administrator, Wechsel auf die SQL Server-Authentifizierung, wenn Phrasexpress MAC-Clients zum Einsatz kommen, und vergebe auch hier ein Passwort. Hier können Sie noch die Sicherheitseinstellung anpassen. Nun starten wir den Server-Dienst neu, um die Einstellung anzuwenden. Mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf den ersten Eintrag und Neu starten wird der Server-Dienst neu gestartet. Der SQL Server sollte jetzt richtig konfiguriert sein und wir können mit der Installation des Phrasexpress SQL Client Managers fortfahren. Zur Installation des Phrasexpress SQL Client Managers laden Sie die Installationsdatei von unserer Internetseite herunter und starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die Installationsdatei. Beim ersten Start des SQL Client Managers erscheint ein Konfigurationsassistent, der Sie durch die Initialisierung und Einrichtung der Datenbank begleitet. Falls Phrasexpress für MAC zum Einsatz kommt, können Sie hier ein Häkchen setzen. Wir werden aber diese Spezialeinstellung gleich manuell durchführen und klicken auf Weiter. Hier können Sie den Datenbanktyp einstellen. Phrasexpress unterstützt Microsoft SQL und Fireword SQL. Für die Verwendung von MAC Clients ist jedoch Microsoft SQL Server zwingend erforderlich. Des Weiteren können Sie hier die Authentifizierungsmethode einstellen. Auch hier sind für MAC Clients diese Einstellung erforderlich. In dem Fall können Sie das hier ignorieren. Und wir klicken auf Weiter. Nun geben Sie das SA-Passwort ein, was Sie vorhin im Management Studio definiert haben für den Systemadministrator. Nun geben wir hier den Administrator ein, der für die Administration der Phrasexpress Datenbank zuständig sein soll. Auch dieses Konto hatten wir vorhin im Management Studio konfiguriert. Sofern der SQL Server Browser läuft, das hatten wir ja vorhin eingestellt, sollte der SQL Client Manager den Server automatisch finden. Ansonsten geben Sie den Namen hier ein. Wir empfehlen Ihnen die Pfade zur Textbaustein Datenbank und zur Lizenz Datenbank beizubehalten. Ansonsten können Sie diese hier noch ändern. Und die Einrichtung wurde erfolgreich abgeschlossen. Damit die Konfiguration auf den Phrasexpress Client der verschiedenen Rechner einfacher abläuft, können Sie vom SQL Client Manager eine Konfigurationsdatei erstellen lassen, die die Verbindungsdaten zur Phrasexpress Datenbank beinhaltet. Diese wird auf dem Desktop abgelegt. Fertig. Der Phrasexpress SQL Client Manager wartet nun auf die ersten Phrasexpress Clients, die sich mit der SQL Datenbank verbinden.